willkommen zurück so da sind wir zu hause das ist unsere großstadt gerade ich versuche das mal zu zeigen ich müsste hier noch ein bisschen die häuser verschieben da ist mir noch nicht so richtig was schlaues eingefallen und ich müsste noch mal warten bis wieder holz reingekommen ist damit ich denke ich mal den zaun hinten weiter bauen kann allerdings wäre es vielleicht auch schlau jetzt noch mal die dritte glocke zu benutzen und oben am ab diesem plateau noch mal die dritte stadt zu bauen durch die schnellreise kann das so sein vorteil haben jetzt endlich ich muss mal kurz überlegen wo der ist also nicht da ist er auch nicht da ist sieht jetzt kürzer aus als es ist ich habe noch ein paar sachen rausgekriegt die standen auch in den update news aber das habe ich mir vorher durchgelesen und nachher vergessen und zwar man kann jetzt diese kohlemeile außen hinstellen und das ist auch ein eigenständiger arbeitsplatz der trick ist oder der haken und die macht ja schicke sagen das habe ich noch nicht gesehen dass sie da richtig schmiedet das haben sie auch überarbeitet dass die ehrlich mal arbeiten den den ich hier drin gebaut habe den kann ich nur abbauen den kann ich jetzt nicht nach draußen verschieben das ist ein bisschen schade aber ich plane schon vor ich werde mal eine ganze batterie an diese kohle an diesen kohle mailern und wunsch denn ich dann nacheinander befüllen und dann laufen halt einmal durch die arbeiten ja ohne mich ja ich habe man hat meinen beruf noch gewechselt und stelle gerade stahl her die ganze zeit das einzige was mir noch fehlt ist oder nicht verstanden habe ist ob denn die mitarbeiter auch mal erz fördern jetzt einmal gucken bergbauposten wird man ja versuchen 1 auszutauschen er kann nur stein das ist merkwürdig wie wir das ja schlau wenn er auch erz rausholen würde und eigentlich sollte auch der wachtturm dazu gekommen sein es ist inzwischen so unübersichtlich geworden aufgrund der menge die ich habe also ich habe hier nicht den arbeitsplatz wachtturm gefunden den sollte man eigentlich anwählen können für den npc dass der sich dahin stellt hat sich mir noch nicht erschlossen wie ich das machen soll steht auch in den news so drin also immer diese an in an in ok das ist neu bisschen haben sie die schatten hier verbessert aber es ist immer noch nicht schön also entweder andere schriftfarbe oder hintergründe also eins von beiden geht nur und das ist auch immer noch unübersichtlich weil ich nicht weiß in welcher stadt das gerade ist ich auch mit erschrecken ich habe ja auch noch nur drei objekte ein eins ist gerade im bau als 12 und ich ziehe aber fünf also entweder ist hier wieder was faul die sechs sogar das werde ich mir dann noch mal angucken weil ich da extra hinreisen müssen jetzt also ich könnte natürlich nach sie gehen und wir gucken uns die brücke im anbau aber ich weiß ja nicht ob die jetzt schon dabei ist dass ich werde jetzt aber alles fertig stellen müssen und dann gucken was übrig ist was nicht angezeigt wird und dahin gehen so machen wir das ja der plan wäre hier oben beim tempel noch mal ein dörfchen zu errichten also bei einer an den tollen händlern und auch nach am abt und könnte dann mit der schnelle reise schön hinfahren also ich bin noch unentschlossen jetzt momentan muss er wieder abwarten bis zur neue geht man die ihre und das händler oder sind das meine mitarbeiter einmal die karten so ich bin ja noch nicht der karten so aber was machen die hier sind noch keine händler sind meine mitarbeiter die irgendwas tun was auch immer die tun ja aber es macht ja schon mal lust auf mehr wenn man das so sieht sie an der brücke ist soweit soll das noch gehen ist das gebiet noch viel größer wird das ja schon mal ansporn gut ja ich weiß nicht was jetzt noch anreißen soll das ist problem dann bin ich jetzt ewig unterwegs hierher da habe ich wo man ich kann ja mal gucken wie heißt denn diese option ob ich den dahin reisen könnte bräuchte noch mal ein paar von diesen rührstäben damit ich ein bisschen was zum machen wir das schnell immer immer ich weiß nicht wie sie denn nennen soll außer strohrüstung die soll wohl auch so ein geldmagnet gewesen sein da könnte man halt billig herstellen das haben sie wohl geändert glücklicherweise haben so das rührpaddel noch nicht angefasst es gibt immer noch 70 pro stück wird irgendwann wird bestimmt auch noch eine quest oder irgendeine mission sein wo ich ganz viel geld brauche da gehe ich fest davon aus um mir etwas besonderes kaufen zu können deshalb sollte man da schon mal vorsorgen ist natürlich ärgerlich dass jedes mal wenn man hier durch einen dummen zufall irgendwie stirbt oder respawnen muss das dann ein großes großer teil des geldes weg ist also klappt zehn prozent sind genau weg der preis für das für schnellreise ist ja wieder recht pass habe naja jetzt hat den falschen knopf gedrückt dann muss ich mich auch mehr gewöhnen transaktion abgelehnt du willst nichts ablehnen sollst ja alles rüber packen so gut wo ist meine glocke was kann ich jetzt also iwasaki oder sie ich habe das so da ist keine glocke anscheinend da oben was ist denn jetzt näher also von sie bin ich natürlich schnell da dann war sie ich würde jetzt mal geld machen hier aber ist ja fies aus kannst du auch was okay markiert einfach mal die stelle so da will ich hin wir interessieren uns zwar nicht für die ganzen händler hier alles was wir haben so und rennen schnur straxer hoch die neunhundert weiß ich jetzt sind wir vielleicht schlauerweise noch mal zwei dax mitnehmen sollen aber gut ah und ich habe vergessen den ich habe da irgendwo noch eine schaufel gekauft eine ist jetzt wirklich leider kaputt aber die hat ewig anscheinend das war sehr gut kann ich sehr empfehlen bauen kann ich sie leider noch nicht aber vielleicht haben wir ja glück bei den händlern dass wir da eine schaufel kaufen können die macht das sehr viel praktischer alles mit den bäumen und wir haben dann gleich platz und die sind weggeräumt und brauchen dann nicht ewig drauf umhacken ich überlege eigentlich ob wir jetzt gerade noch mal jemand haben wollen oder auch können mal gucken ach ja traurige schichte alles schade und ich helfe dir kann ich nicht mehr also erst warten bis ich wieder geläubelt habe die kann ich nicht mitnehmen man sieht habe ich schon gefuhr wirkt hier sollen jetzt auch sperren sein also man kann jetzt hier sowohl vermutlich jetzt hier ein neues dorf entsteht hier da ist ein bandit nicht bauen so wie da drüben bei diesen feldern und der bandit hat auch neue skills gekriegt der kann wohl stärker und schneller und wird nicht mehr aufgehalten von meinem pfeil momentan ist er aber ein bisschen verwirrt gut aber er stirbt trotzdem noch drei feilen und den haben wir zwei behält er hat eis bei gehabt dass er nicht aber automatisch die feile wieder reinpackt das ist echt nervig also hier ist wohl das gesperrt dass man hier nicht bauen kann weil da neue dörfer anscheinend entstehen oder irgendwas neues jetzt hier oben auch noch eine schnellreise punkt haben dann ist es natürlich schön also die rede war immer von entdeckten glocken und von eigenen glocken da kann man hin ja ist auch eine schöne rede wendung jeweils kann man da schön in reisen also schnelle reise machen so ein bisschen mehr inhalt hätte noch gefehlt hätte man noch machen können so war sie sind noch zwei sachen nicht fertig das ist nicht fertig und das ist nicht fertig die habe ich anscheinend auch gar nicht angefangen und das ist ja eine maßnahme da kassi bescheid also hier muss ich noch mal angreifen und noch mal zwei spezialobjekte bauen das mache ich aber jetzt nicht ich will gerne oben mein dorf gründen weil es meine glocke und dann kann man ja hin und her reisen und die sachen praktisch transportieren und brauche ja nicht sich zu tode buckeln oder erst mal ein lager bauen die glocke steht müsste das ja gehen muss ich bloß hier ungefähr den punkt finden der am schlauesten ist hier ist so viel schräge könnten wir dann einfach nur so noch mal eine außenstelle bauen die muss ja jetzt nicht viel können das letzte mal hatte ich das hier mit eingebunden gleich in die planung ich glaube wir könnten sogar genau hier was bauen viel weiter nach da dürfen wir nicht ich würde gern das hier noch mit ausnutzen wollen also mal unser glück dorfglocke so ich könnte sie wahrscheinlich auch hier bauen aber ich weiß nicht wie weit ich hier komme hier sind nicht bauen verboten und das da kann ich zwar die glocke entstellen bringt mir aber nichts weil ich dann in dem bereich da halt nicht bauen kann gut wenn ich jetzt die glocke entstelle habe ich da zu viel schrägen drin also ein wildschwein moment ich traue euch nicht nicht wahr oder bin fast tot bin jetzt fast tot obwohl ich ihn getroffen habe also das ist hallo ja mal weg rennen wenn ich schon wieder von vorne anfangen zu rennen das gibt es ja gar nicht also von wegen das haben sie repariert ist jetzt noch schlimmer plötzlich macht er hier einen sprint und mein schwert macht irgendwie komische bewegungen bringt aber keinen schaden ok neues problem ist halt so äh wo machen wir jetzt hier glocke hm ja theoretisch da was wildschwein war das war doof aber da habe ich zu weit nach hinten gebaut ich werde jetzt hier die glocke bauen so 2 halsstämme und 8 retter stein euch euch ihr bleibt euch 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 So, ein Dorf wurde gegründet. Ich habe noch keinen richtigen schlauen Namen dafür. Mache hier mal ein bisschen Platz. Hier wird erstmal ein Lager gleich entstehen. Wo das eigentlich gar nicht mal so nötig ist. Aber da müsste ich jedes Mal hin und her reisen. Das ist schade drum. Das wollen wir auch nicht. An dem Lager können wir schon mal anfangen hier. So, nehme ich dieses hier. Da kriege ich schon mal die Sachen rein, die ich schon in der Tasche habe und spare ich mir das. Dann gehen wir mal zu den Händlern hier. Wir können die Glocke ja noch ein bisschen verschieben, wenn das nicht so optimal war. Aber jetzt haben wir hier unseren Stützpunkt und an den anderen beiden Orten. Da bräuchte ich das eigentlich? Ich bräuchte das gar nicht so dringend. Ah ja, was soll's. Wir nehmen hier mal, was wir kriegen können. Machen den auch wieder arm. So. Spannend wäre für mich jetzt mal, was die anderen sogenannten Tasche haben. Hallo. Oh, er hat einen Karma. Da muss ich ja zuschlagen. Da kann ich nicht Nein sagen. Was ist das? Ja, blablabla. Aus Stahl. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Ist das Neues dazu gekommen? Ne. Halbbogen, halbbogen, kurzbogen. So. Okay, jetzt kostet's mal was. Nämlich überlege noch. Haben oder nicht haben. Wir haben hier noch ordentlich. So. Ach, was soll's so. Äh. So. Passt. Das verkaufen wir ihm. Gut. Das ist natürlich toll, weil die sich bewegt haben zwischendurch. Wer hatte denn was? Gut, die hat Essen hier. Nehmen wir noch mal ein bisschen Fisch. verkaufen wir noch mal so viel wie geht das hier und das hier gut jetzt drängelt euch doch nicht so ok, den hatten wir schon das sind ja die falschen leider die falsche eine Lampe nehmen wir noch mit so kann ich auch verkaufen nehme ich lieber noch eine Lampe mit oder wir nehmen mal so eine Maske mit so ich wieder zu viel nehme ich ihn jetzt noch aber nehme ich ihn so ab so ok hier dürfte jetzt sonst nichts mehr sein glaube ich es ist mal schlecht eher im streamen weil man hier im dunklen rumtobt aber manchmal ist das nicht anders was habe ich denn eigentlich für den dynastie level 16 meine tolle mission ist ja 2021 zu werden das dauert noch na gut ein bisschen was haben wir gekriegt schade dass wir keine Schaufel gefunden haben die wäre toll gewesen ich weiß nicht ob hier was zu plündern ist da habe ich noch gar nicht so richtig geguckt weil dann ist es so einzeln versteckt immer dass man wirklich hier alles angucken muss na gut wir gehen zur Glocke die jetzt auch angezeigt wird jedenfalls in kürzeren Abstand also man sieht jetzt hier gerade aus meine Glocke macht jetzt noch nicht viel her weil wir nur die Glocke haben aber ich dir erstmal das ist wieder ein Wildschwein das gibt es doch gar nicht naja muss ich mich nochmal ranwagen bevor er mich tötet was machst du denn und irgendwas stimmt auch nicht mit der Grafik da an der Stelle also doppelt und dreifach bleib stehen wenn ich erziele kannst du nicht erweckern so ich habe keinen Fallzug gekriegt okay na gut dann machen wir mal die Schnellreise wohl im Moment was passiert denn wenn ich die Haarzeit wechsle dann bleib wahrscheinlich genau hier stehen oder mal schauen ne wir sind wieder zurück weil wir da noch kein Haus hatten sind wir in Berlin aber super perfekt so wie es gedacht war gut jetzt muss ich hier die ganzen Routinen machen die man tagsüber hat zum Jahresanfang und werde ich nochmal ein bisschen werkeln danke fürs zu gucken und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss bis dann bis dann die Baseline bis dann bis dann ein